Yvonne! Wollen wir Fehler jetzt, bitte, ja? Ich guck mal, ob ich das machen will oder nicht. Ist Yvonne, der vorsichtig ist? Denkst du auf den Tränkchen, weil sie vorsichtig sind? Ja, Carla, was machen wir hier? Sehr schön. Scheiße. Sehr schön. Eine Stange, sonst sind sie noch nicht jungen. Sehr gute Geschwindigkeit. Gute Wege. Und wir kommen ins Ziel. 151,51.